Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video checken wir auf jeden Fall den Gegenstandshop vom 18.11.21 aus. Was kommt heute rein? Let's do them go. Wir haben heute auf jeden Fall Victor Royale am Start, sehe ich gerade. Und noch ein paar coole Sachen, die wir uns gleich natürlich näher anschauen. An sich, Freunde, was wir gestern noch vergessen haben, den Bre hier, den habe ich nicht gezeigt. Den habe ich voll verpeilt irgendwie gestern. Auch geil. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wollte ich nochmal so nebenbei anmerken. Alles andere haben wir uns ja angeschaut. Die Pakete sind hier immer noch gleich geblieben. Wir fangen also heute hier in dem technischen Bereich an und arbeiten uns nach oben. By the way, Freunde, wie fandet ihr die Naruto-Skins? Habt ihr euch welche gegönnt? Und wenn ja, hoffentlich natürlich mit dem Super-Druck-Rate-Accord, Brother-FRPZ. Ich würde sagen, Freunde, wir checken das Ganze jetzt mal hier aus. Criss-Cross nach 33 Tagen wieder zurück. Dann haben wir hier Jubelschritte nach 31 Tagen zurück. Nach 32 Tagen haben wir albernes Hüpfen am Start und Pizza-Party ebenso nach 32 Tagen. Dann geht es einmal rüber zu Schnorchel-Obs nach 31 Tagen und zum einen hier die Einsatzleiterin nach 32 Tagen. Dann geht es einmal weiter und zwar hier nach oben. Fangen wir hier rechts an. Wir haben hier Jonesy, die Kuh, am Start inklusive seiner Spitzhacke. Beides auf jeden Fall geile Sachen, meiner Meinung nach. Die Kuh hier war zuletzt vor 31 Tagen drin gewesen. Dann kommen wir hier einmal rüber zu Gia. Gia ist auch nach einem Monat wieder reingekehrt. So ist es jetzt nicht der beste Skin, sage ich euch so, wie es ist. Und dann haben wir einen richtig coolen MOT hier am Start und zwar Lowrider Junior. Richtig nice, sollte man auf jeden Fall definitiv im Inventory besitzen. Ist nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Und dann, meine Freunde, geht es auch schon weiter und zwar zu Victor Elite. Wir haben hier dazwischen als Musik und Siegerwappen plus Victor Royal. Ich sage mal so, wie es ist. Sieht eigentlich ganz okay aus, so Real Talk. Ist jetzt nur während der FNCS Grand Royale exklusiv im Shop. Danach wird es nicht mehr drin sein. Also wenn ihr auf Zukunft gesehen einen seltenen Skin haben wollt, der nur 800 V-Bucks kostet, dann schlagt da gerne zu. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare, Freunde. Und dann soll es auf jeden Fall hier soweit mit dem Video gewesen sein. Eure Meinung gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare. Ich bin nochmal raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao.